Hey Leo! Sehr langes Video, viel um drüber zu reden. Ich war natürlich auch viel im Kino in der letzten Woche. Ich habe Van Gogh gesehen, der ist richtig gut. Ich habe La Llorona gesehen, der ist richtig schlecht. Was habe ich noch gesehen? Game of Thrones Episode 3, auch sehr hübsch, aber hat so seine Probleme, finde ich. Aber übrigens sind wir damit jetzt... Endgame, Endgame, natürlich. Das war es wert. Guter Witz. Ich fand den Film natürlich auch hammergut. Ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen und wenn ich mit dem Video jetzt fertig bin, gehe ich für meine dritte Runde, werde ihn mir mit D-Box angucken, weil ich da mega Bock drauf habe. Ja, was ein unglaubliches Ende für so ein Kapitel. Also ich glaube, es ist ja... Also ich kann das verstehen, dass viele so davon reden, dass das so ein Ende ist oder so. Aber es ist ja letzten Endes quasi ein Kapitel, das endet oder Buch 1 vom MCU. Und ich finde das sehr faszinierend, besonders weil manche Sachen wirklich so diese 20 Filme, die da vorgekommen sind, so perfekt widerspiegeln, im Guten wie im Schlechten, finde ich tatsächlich. So zum Beispiel die eine Szene, die du erwähnt hast, dieser A-Force-Moment, wo die ganzen Frauen zusammen über das Schlachtfeld rasen. An und für sich eine total coole Szene. Ich fand, dass die ein bisschen gestelzt rüberkommt, weil der Rest vom Film das eigentlich nicht so in seiner DNA hat. Also das ist ein Film, wo es hauptsächlich um Männer geht. Der Film hat einen großen Fokus auf die Original-Avengers. Und das sind nun mal bis aufs Black Widow alles Männer. Und Black Widow ist am Ende nicht mehr dabei, for some reason. Ja, und das ist eben eine Schwäche, die das MCU als Franchise auch lange hatte. Und was wir jetzt sehen, ist halt, dass man merkt so, oh okay, ich glaube, die sehen das jetzt. Und ob es jetzt aus einem Profitmotiv ist oder aus moralischen Gründen wahrscheinlich ein Mix. Ja, versuchen die das zu ändern. Der Moment fühlt sich für mich noch nicht ganz verdient an. Weil letzten Endes dieser Shift erst seit ein paar Filmen jetzt zu sehen ist. Also Black Panther ist ja großartig, was die Frauen darin angeht. Und dann Captain Marvel auch wunderbar. Und so ein nuancierter Film mit einer wirklich glaubhaften weiblichen Superheldin. Und das ist alles spitze. Aber ich sag mal, in zehn Jahren, wenn Endgame 2 rauskommt, würde ich denen das noch mehr abkaufen. Weil dann wahrscheinlich auch mehr von den Frauen Hauptcharaktere wären. Aber das soll ja auch gar nicht was Negatives sein. Wie gesagt, ich finde, das spiegelt die Ambitionen des MCU wieder. Aber auch eben, wo es noch ein bisschen knapp damit bemessen war. Aber ja, im Großen und Ganzen, was für ein unglaublicher Film. Also ich finde, man merkt dem die drei Stunden tatsächlich. Also beim zweiten Mal habe ich dem die überhaupt nicht mehr angemerkt. Ich hatte jemanden neben mir sitzen, der mich gefragt hat so, hey, du hast den schon gesehen, dann kannst du mir ja sagen, wann ich aufs Klo gehen kann. Und mir sind nur so zwei Szenen eingefallen, wo ich so gedacht habe, ja, die kann man wohl verpassen. Und selbst das waren eigentlich Szenen, die entweder halt supergute Witze waren oder so Charakterentwicklungsszenen. Ja, also mein persönlicher Favorit ist ja Thor, zumindest seit Ragnarok. Und es ist so gut. Thor als fetter Wikinger ist, finde ich herrlich. Finde ich absolut super. So witzig. Ja, aber auch so ganz viel Zeug da drin ist so gut. Und ich weiß gar nicht, worüber ich da genauso im Detail reden sollte. Erstmal natürlich die emotionalen Komponenten funktionieren so perfekt. Du hast ja schon die Szene mit Happy und Morgan angesprochen. Und ich finde, das Beste an der Szene ist eigentlich nicht mal Jon Favreau, sondern das kleine Mädchen, das da sitzt und so perfekt diese Emotion spielt von einem kleinen Mädchen, das noch nicht so richtig versteht. Sie versteht ja nicht, warum Happy das so mitnimmt, dass sie jetzt nach einem Cheeseburger gefragt hat und guckt und so. Unglaublich. Also das ist wirklich, ich weiß noch, als ich in Logan saß und diese Szene in der Mitte kommt, wo sie bei dieser Familie sind und Logan bringt Charles ins Bett. Und ich habe, da weiß ich noch, da habe ich wirklich so gedacht, wie ist so eine Szene in einem Comicbuchfilm drin? Also das ist ja komplett einfach, das würde man nie erwarten. Und diese Szene mit Happy und Morgan war für mich noch so ein Beispiel für sowas. Wo ich so denke, das ist unglaublich. Das ist einfach so meilenweit über den Standards für so emotionale Tiefe in Blockbusterfilmen. Nicht nur Comicbuchfilmen. Und ja, also absolut großartig. Was ich persönlich richtig cool finde, ist jetzt darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Weil ja, also Tony Stark und Steve Rogers sind jetzt raus in sehr, finde ich, sehr unglaublich passenden und verdienten Enden. Dass Tony Stark mit einem Akt von Massenmord draufgeht, passt eigentlich perfekt. Nein, aber das ist ein bisschen zynisch betrachtet. Aber ja, es ist ein perfektes Ende für ihn und ein perfektes Ende für Steve. Ich habe ja meine Theorie, wie es weitergeht. Und nachdem ich jetzt über eine Woche im Internet geguckt habe, hat niemand anderes ihre Theorie. Und das schockt mich total, weil das wirklich so, als am Ende dann in der Post-Credit-Szene dieses Hämmern kommt, war mein erster Gedanke so, oh, keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Muss ich mal im Internet gucken, was so andere sagen. Und dann habe ich gedacht, oh, holy shit, ich weiß, was das ist. Und ich war mir so sicher und ich habe gedacht, das muss ja dann jedem so aufgefallen sein. Und zwar gibt es einen Thor-Comic, der sehr berühmt ist, dafür, dass er einen großen Wechsel in Thors Charakter dargestellt hat und einfach eine unglaublich coole Geschichte hatte und einen Charakter namens Beta Ray Bill eingeführt hat, der quasi Thors Kräfte hat, aber ein Alien mit einem Pferdekopf ist, von dem man eine Statue in Thor Ragnarok sieht. Ja, und ich dachte, das kann nur ein Hinweis auf das Comic sein, weil das fängt nämlich damit an, dass ein unbekannter Bösewicht oder was auch immer, erst mal nur eine Figur in den Schatten, so ein Stück Eisen auf einen Amboss schlägt und eine Waffe schmiedet. Und hier, ich habe sogar das Comic-Panel rausgesucht. Das kann man, glaube ich, sehen. Ja, so. Und daran habe ich sofort gedacht und habe so gedacht, ja, wie geil, das ist doch cool, weil das eine richtig lange Storyline ist, die dann eben eine weitere Bedrohung für Asgard im Grunde genommen darstellt. Und ich glaube, die könnte man super in das MCU reinbauen. Und deswegen, wenn jetzt das Video nicht auffällt, ich achte jetzt, ich komme gerade auf die 8 Minuten 30 zu, wo das letzte Mal das Video abgebrochen ist. Schauen wir mal kurz. Sonst mache ich ein zweites Video. Geht weiter, okay. Dann war es wohl eine Frage von Speicherplatzes letzte Woche. Und ich kann weitermachen. Dann pitche ich das nämlich jetzt. Pass auf. Also, das geht jetzt so dann über die nächsten 6, 7 Jahre oder so. Weil die haben ja jetzt Zeit. Dieses Mal müssen sie nicht ewig so hin und her und gucken, kommen die Leute zu diesem Film. Nein, das wissen sie. Also, Thor wird garantiert in dem nächsten Guardians-Film drin sein. Und muss da über seinen Verlust oder seine Niederlage gegen Thanos hinwegkommen. Weil offensichtlich ist er damit ja nicht gut klargekommen. Und reagiert dann eben, wie er so oft auf Probleme reagiert, damit, dass er Verantwortung von sich weist und Valkyrie als Königin ernennt. Und quasi so Guardians of the Galaxy, die sind ja sehr gut darin, Trauma zu verarbeiten und daraus dann ein bisschen besser hervorzugehen. Und deswegen wird das, glaube ich, sein Charakter-Arc in Guardians 3 sein. Und am Ende von Guardians 3, glaube ich, dass sie dann nämlich auf Beta Ray Bills Schiff stoßen. Oder zumindest auf seine Flüchtlingsflotte. Oder am Anfang von Thor 4. Auf jeden Fall kriegt Thor dann richtig auf die Fresse von Beta Ray Bill. So wie im Comic. Und die beiden verständigen sich dann aber und versuchen herauszufinden, woher die Welle von Feuerdämonen kommt, die Beta Ray Bills Leute von seiner Heimat vertrieben haben. Genau. Das wäre dann Thor 4. Und ich glaube, dass, und dann wäre das eben, dass sie am Ende dann herausfinden, die Welle kommt aus Asgard. Und der große Bösewicht ist nämlich Surtr, der Feuerdämon der Asgard, zerstört in Ragnarök. Und dass der dann nämlich seine Aufgabe nicht als erfüllt ansieht, bis er alle Asgardier zerstört hat. Und dann haben wir wieder direkt eine Bedrohung für die Erde. Aber es spielt sich alles erstmal im Weltall ab, wo Captain Marvel und die Guardians sind. Und das kann man so schön, glaube ich, so reinfalten als eine Bedrohung, die sich über die Zeit aufbaut und so und baut und baut und baut. Und ich glaube, das wäre ein richtig guter, so kleiner, überzwungener Arc für die nächsten 5 oder 6 Jahre. Wie gesagt, die können das jetzt machen, wie sie wollen. Aber alle scheinen ja der Meinung zu sein, dass das Hämmern eine Anspielung auf Tony Stark in der Höhle war. Und das macht auch Sinn. Also vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber falls nicht, bin ich der Nerdkönig ab jetzt. Ja, das wäre es, glaube ich, erstmal. Ich bin mir sicher, uns fallen sicher noch mehr Sachen über Endgame ein. Ja, ich freue mich auf deine Antwort.